Glück auf meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier wieder zu einem Ligaspiel, Spieltag 5 müsste das, ne 6, Spieltag 6 dürfte es sein, gegen Lord Freeza, auch bekannt als Lord Oesi. Ich habe Heimrecht, ich habe mir hier die Map Ettenöden ausgesucht, ich nehme mir noch meine Farbe hier, Standardeinstellung und dann gehen wir mal rein. Und sag mal, wie geht's dir so? Sag nur, ich bin gespannt. Heute ist auch der erste Mai, Tag der Arbeit. Wo ist der Bauplatz? Das wird nicht gehen. Ich mache nur ein Post. Nein, das geht nicht. Wir machen jetzt bestes Material. jetzt habe ich jetzt erst gestartet aber lange spielen wir jetzt 15 sekunden 20 sekunden so und die gefällt dir die map schön verschneit und ist eine von den bekannteren maps und sind eine leute schnappen kämpfen der karte und krepp gekriegt Bauts mit Zwergen geschickt. Ja, alle Hände voll zu tun. Ah, ich sehe es, dass du Wolfsgegner passt. Wir verwenden nur bestes Material. Lasst uns bauen. Hüter, macht euch bereit. Jetzt wird gekämpft. Macht euch bereit, Zwerge. In Position. Wir haben einige Wege entdeckt. Macht eure Speere bereit. Ich weiß, wo du den Quip weggequipt hast. Vermutlich der, wo direkt neben meiner Base war, oder? War auf dem Hügel hintermitte nicht auch mein Quip? Ja, die Karte wurde ein bisschen geändert. Hüter, macht euch bereit. Alle Hände voll zu tun. Wir haben eure Speere bereit. Lüstet euch, Zwerge. Haltet Schritt. Auf eure Posten. Oh Gott. Aha, Menschen. Nicht dieser Zwerge-Spieler. Dieser Schießstand gefällt mir nicht. Ja, Zwerge sind halt. Ach, ging nicht. Das war doch eben in der Truppe 2, ja. Die hier. Oh, da ist schon ein an Boromir. Halt. Fang eure Waffen. Auf ins Getümmel. Macht euch bereit, Zwerge. Fahrlangs bilden. Macht euch sehr zu weit weg. Freiglinge. Auf ins Getümmel. Lasst eure Waffen singen. Wer schießt dann ist fertig. Bestes Material. Macht den Weg frei. Macht euch bereit, Zwerge. Zwerge. Ich bin gleich fertig. Was ist das? Habt keine Angst, Zwerge. Macht euch bereit, Zwerge. Macht euch bereit. Zwerge. Jetzt wird gekämpft du den Ex, Zwerge. Ja, alle Hände voll zu tun. Komm schon. Lasst uns bauen. Äxte. Lasst zusammen, Axtschleuberer. Ein großer Feind des Mauerwerden hat da. Macht den Weg frei. Haltet eure Äxte bei dem Handling unserer Bärte fürchten. Auf ins Getümmel. Das Gathos gibt es ja auch nicht mehr. Ja. Das Leuchtwein in der Mitte gibt es auch nicht mehr. Schade. Phalanx bilden. Phalanx bilden. Seid Wasser. Hier sind sie. Äxte. Sieh an. Das ist sicherlich. Gefällt mir das. Das ist gut. Zu den Ex und Zwergen. Seht sie euch an. Seid standhaft. Wo ist der Bauplatz? Sie greifen an. Sie haben alle Hände voll zu tun. Wir haben viel zu tun. Das Gebäude stürzt ein. Ich bin gleich fertig. Meine Axt gehört dir. Macht euch bereit zu erwaffen. Ja. Hüter, macht euch bereit. Ich weiß ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht. Eure Posten. Ich bin gleich fertig. Wir werden angegriffen. Bauts mit Zwergen geschickt. Zwerge. Phalanx bilden. Macht eure Speere bereit. Wir werden nicht alle. Wir waren sicher. Geht in die Städter. Das ist es auch. Eure Posten. Wir werden nicht alle. Ach ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich werde ihn mit sage. da ist der andere baumeister den habe ich schon gesucht ja jetzt kommt ein fündig teil Ich werde langsam müde. Das wird nicht gehen. Keine Zeit für Ruhepausen. Mach den Weg frei! Lass keinen am Leben! Ich folge mich niemals! Nein, bitte! Das war's mit deinem Boromir. Äh? Ah! Es wie ich geh. Oh, boah! Ah! Wie ist das? Alle Mann an die Bögen! Wir haben die Zeit bereitgestellt! Wir werden warten! Wir werden warten! Bleibt zusammen, Axtschleuder! Und den hier haben wir auch gut verarbeitet! Das ist der Fall! Oh, oh! Jetzt kommt der Flech! Wir werden warten! Bei mir seid ihr sicher! Sammelt euch! Verteiligt das Land! Bögen spannen! Bögen spannen! Ich bin gleich fertig! In Position! Ich werde langsam müde! Nichts vermag der Macht der Zwerge zu tragen! Oh, oh! Seid ihr bereit? So, das Gebäude wäre fertig! Wo ist der Bauplatz? Warte, warum sehe ich jetzt alles zusammen? Ah, der hat mich gefunden! Natürlich! Du hast quasi fast neben meiner Mine gebaut hier! Oh, oh! Nein! Nein, nicht beim Böbel! Ja, warten ungefähr zwölf Minuten, sage ich mal! Elf bis zwölf! Aber das sieht man ja auch hier auch nochmal! Ja, wie du dich ausgebrettet hast! Mhm! Speicherst du, Bio? Was? Ja, ich kann speitern! Was war das? 106 dürfte es gewesen sein! Ich gucke mal zur Sicherheit nochmal nach im... 106! Das war das Handy! Spielplan! Runde 5 gegen Shefi und Runde 6, ja! Runde 6! Oh Gott, was ist... Lord... Ösi... Ösi... Etten... Öden... So! Speichern! Ich glaube, ich film dann weg! Ja, ich zeige dir noch kurz die Statistiken hier, Gebäude... Rohstoffe... Und der Entstand! Dann hier, ja, 11 Minuten 29 genau! Lieblingseinheit Hüter bei Diagondor-Soldaten... Ja, gut, dann würde ich sagen, mach's das und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder! Tschau! Kochen! Hö Θ ив渴'. Wie war's Mit AccessDY, Herr K ! Welach da? Und wir sehen uns dann trotzdem an... Tschau! Auch mit Oswald... see w Dodge dem Dade auf Fancoい! Aber da haben wir andere Änderungen reื kabup conclusions können! Weil wir wirst nicht in Bade an zeigt an,III Seite dieses Melisalım so weiter! Oh Petite dem Dade ist damit ist, dann wieder in Badekontorیا. Und dann, wir sehen uns jetzt mal wieder ones Fentet universes in mein Bierkontес! Come sweat!